Leute, ich, ich muss euch was sagen. Die, die mir auf Twitter folgen, die wissen vermutlich schon Bescheid. Die, die mir noch nicht auf Twitter folgen, könnten es mal machen. Aber es wird einen neuen Kanal geben. Jetzt denkt ihr bestimmt, scheiße, was ist mit Julfa los, warum macht der neuen Kanal, ist der irgendwie bescheuert oder was? Aber ihr dürft das Ganze nicht falsch verstehen. Es gibt keinen neuen Kanal, sondern einen Zweitkanal. Ich werde ab sofort zwei Kanäle haben. Und zwar werde ich zum einen hier den Hauptkanal behalten. Der Hauptkanal wird auch bleiben, wie er ist. Hier kommen weiter die Horror-Let's Plays, hier kommen weiter die Vlogs, hier kommt weiter Julfa's Top 5. Hier wird sich nichts verändern, außer dass ich vielleicht in der Woche ein, zwei Videos weniger mache wie vorher. Vielleicht aber auch nicht, das kommt ganz drauf an, je nachdem, wie ich mit der Zeit jetzt jonglieren kann. Und dazu, zum Hauptkanal, wird es ab sofort einen zweiten Kanal geben. Einen Zweitkanal, auf dem ich einfach nur richtig schöne, oldschool, klassische Let's Plays raushauen werde. Den Kanal könnt ihr übrigens direkt hier abonnieren. Klickt einfach mal drauf, lasst ein kleines Abo da. Das erste Video müsste ungefähr eine halbe Stunde online gehen, also das erste Let's Play. Das Kanalvorstellungsvideo müsste schon online sein. Aber wie gesagt, klickt drauf, lasst ein Abo auf jeden Fall da, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Oder wenn ihr mal eine andere Art von Videos von mir sehen wollt. Und wie gesagt, auf dem Kanal wird es dann ganz klassische Let's Plays geben. Also, richtige oldschool Scheiße, ja. Einfach nur Gameplay und meine Stimme und wir zocken da so ein paar Spiele. Wir werden das Ganze übrigens mit Skyrim anfangen. Und in ein paar Wochen folgt dann auch schon das nächste Projekt. Vielleicht auch schon nächste Woche, ich habe keine Ahnung, werden wir sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, geht da hin, lasst ein Abo da, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Oder wenn ihr halt, wie gesagt, klassische Let's Plays von mir sehen wollt. Weil ich habe gesehen, dass wirklich viele Leute in den Kommentaren gesagt haben, von wegen, spiel doch mal das Spiel, spiel doch mal das Spiel. Aber es passt halt einfach nicht so wirklich zum Kanal. Weil jetzt hier der Hauptkanal, das ist ein Horrorkanal, wo zwischendurch mal Vlogs und so weiter kommen. Ich mache hauptsächlich Horrorgames und vielleicht ganz selten mal so Minispiele. Und ich finde so klassische Let's Plays wie Skyrim und so, die möchte ich hier nicht hochladen. Ich könnte es zwar machen, aber ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Ich finde, das würde nicht passen und das würde irgendwie so, ich weiß nicht, das würde das Flair auf dem Kanal in eine andere Richtung ziehen. Und das möchte ich nicht haben. Deswegen habe ich mich dann jetzt einfach kurzerhand dazu entschieden, weil ich selber Bock habe. Solche Sachen zu Let's Playen. Ich habe selber Bock Skyrim zu Let's Playen. Ich habe selber Bock, halt so klassische Let's Plays zu machen. Zum Beispiel auch Minecraft. Könnte ich hier auf dem Hauptkanal im Leben nicht machen. Also könnte ich schon, möchte ich aber nicht. Ich möchte es nicht. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, einfach einen zweiten Kanal aufmachen. Und da mache ich dann jetzt einfach richtig schöne Let's Plays. Also wenn ihr darüber auf den anderen Kanal geht, dürft ihr nichts Großartiges an Video, Editing oder so erwarten. Es werden wirklich nur ganz klassische Let's Plays. Wir werden dann vermutlich in einem Jahr da 1000 Folgen Skyrim oder so haben. Wir werden einfach ganz in Ruhe spielen. Ganz in Ruhe, ganz chillig, ein paar Spiele machen. Und wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da. Lasst ein Gefällt mir auf den Videos dort da. Lasst ein paar Kommentare da. Schaut einfach mal rein. Klickt in euch rein. Lasst ein Abo da. Wäre richtig nice, wenn ihr direkt die 1000 Abos voll machen könntet. Das wäre cool. Das würde ich feiern. Da würde ich mich richtig freuen. Aber wie gesagt, geht einfach mal rüber. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit dieser anderen Art von Let's Plays. Und ja, Leute, das war es für dieses kleine Video. Wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Hauptkanal wieder. Macht's gut und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.